Dieses zum Kauf angebotene renovierungsbedürftige 13 Zimmer Bauernhaus befindet sich in Malente-Kreuzfeld. 1950 wurde dieses Objekt erbaut. 1950 wurde dieses Objekt in Malente-Kreuzfeld befindet sich in Malente-Kreuzfeld. 552 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 360 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 348.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017